Die Sonne geht unter, der Mond geht auf, doch auch zur späten Stunde hört die Runde nicht auf. Guck mal, ich geb dir gleich mal Paradies hier. Ja? Ja. Was? Ja, aber immer noch leider mit diesen scheiß Linien. Na, wo ist denn die ID für Kies13? Guck mal, kleine, dumme, hässliche, lila Männchen. Hä, kleine, hässliche, braune Männchen. Ein Loch. Noch ein Loch. Was kann ich eigentlich mit diesen kleinen hässlichen Männchen machen? Ich kann's ins Loch schieben. Und ich hab noch einen Villager gefangen. Der hat mich angeguckt. Zwei, drei, vier. Vier Männchen. Und das fünfte folgt sogleich. Ach, ich liebe das. Das ist mein neues Hobby. Komm. Ey, mit dem kann man voll gut Golf spielen. Kick. Kick. Au, scheiße daneben. Ja, noch einen eingelocht. Jetzt rennen die schon weg. So, ist er wieder. Ich hab sechs Villager eingesperrt. Wieso klatschst du? Äh, nur für die Villager. Für die reife Leistung. Weil die eingesperrt sind, ach so. Fürs Einsperren. Äh, kurze Frage. Was ist das hier eigentlich schon komisches Ding, wo so ein Minecraft drin ist? Das soll so eine Art Modelleisenbahn sein. Ja, dann lass das doch fahren, oder? Ja, es fuhr auch mal. Ach so, muss neue Kohle rein. Aber irgendwann ist die Kohle alle, alle. Ah, jetzt hab ich Kohle reingetan. Jetzt fährt's. Es fährt. Scheiße, ich hab... Ich hab euer Ding kaputt gemacht, ne? Och, Mann. So viel Mühe. Aber ich werd's wieder, äh... Dekonstruieren, ne? Was meinen Sie, soll ich da Minecraft mit TNT rumfahren lassen? Oder ich nehm mir einfach einen Sattel und reite auf den Minecraft. Minecraft. Schweinreiten. Äh, bin ich blöd, das ist doch gar kein Ofen. Das ist, boah. Bin ich blöd. Dinnitiv nicht. Das ist ein Ofen. Powered. Minecraft. Boah, das dampft aber. Leck mich doch am Zückerli. Chuchu. Erosettenheiß. Wat? Der Rosetten-was? Der Rosettenheiß. Bah, hör auf. Hö, das Minecraft packt sich durch die Welt. So, ich hau ab, ne? Tschüssi, Kowski. Wir hören uns dann morgen oder so wieder, ne? Also in dem Sinne, tschüssi, Kowski. Tschö mit Ö. Und tschüss mit... Ne? Tsch. Schau mit V. Im schlimmsten Fall sogar das. Ja, also die hat mein Brotbrettchen kaputt gemacht. Dein Brotbrettchen? Sprecher hat 2,50 Euro mich gekostet. Das ist mein Inventar. Der steht nicht so aufregt, wie ein Brotbrettchen. Was meinst du? Was würde... Post Defka dazu sagen, wenn wir den Bahnhof einfach mal in die Luft sprengen? Das ist mein Brotbrettchen. Ich... 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 Ich...